Zugangscode-Disc. Ah ja. Einfallsreich waren sie auch noch. Äh. Ihr verlangt von euren Mitarbeitern, dass sie durch diesen Lüftungsschacht krauchen. Was seid ihr denn für Leute? Wir müssen mal ein ernstes Wörtchen miteinander reden, Birner. Ja. Ist es nicht geil? Dieses Geräusch wird uns jetzt eine halbe Ewigkeit verfolgen. Oh. Und wenn wir zu weit hier dran stehen, dann wären wir auch schon mit Leidenschaft gezogen. Ja, wir müssen jetzt irgendwie erkennen, wann eine Explosion da ist und wann nicht. Okay, es geht immer von oben nach unten. Und da fängt es jetzt neu an. Ziemlich weit oben. Und jetzt wandert es langsam nach unten. Und da war ein Geheimnis auf halber Höhe. Oh, daran habe ich damals ewig gesessen. Grausam, dieses Ding. Grausam. Vor allen Dingen ist, finde ich, ist überhaupt nicht erkennbar am Anfang. Aber wenigstens hing ich schon mal an der Stange. Das ist schon mal sehr viel wert. Also das ist zumindest schon mal nicht so das große Problem. Und sie brennt einfach nur. Aber das habe ich jetzt nicht verstanden. Das schien anders zu werden, nachdem ich dann da dran hing. Nein! Es ist viel weiter unten, das Geheimnis. Okay, das schaffen wir. Das schaffen wir. Also, tun wir natürlich sowieso. Die Frage ist nur, wann... Es hört auf. Es hat aufgehört. Wieso hat denn das aufgehört? Naja, Hauptsache wir haben das zweite Geheimnis. Und Hauptsache wir sind auf halber Höhe. Das heißt aber, wir kommen jetzt nicht wieder zurück. Das ist sehr bedauerlich. Ich traue dem Frieden nicht. Ganz ehrlich, ich traue dem Frieden nicht. Ich habe das damals noch meterweit wieder explodieren hören. Das scheint wirklich vorbei zu sein. Nein. Da gab es noch eine letzte Explosion. Oh, das sieht nach heißen Rohren aus. Aber wir haben hoffentlich nicht noch mehr übersehen. So. Wie viel Lebensenergie habe ich verloren? Ach so, kann ich nicht... kann ich nicht sehen. Da man ja leider hier nicht sehen kann, wie viel Lebensenergie man noch hat. Und ich im gekrauchten Zustand meine Waffe nicht ziehen kann. Na schön. Ist totaler Käse. Aber ich mache es jetzt trotzdem. Was passiert, wenn ich jetzt wieder zurück gehe? Wir müssten die Explosion eigentlich wieder einsetzen. Ja. Vielleicht hätte ich das abwarten sollen. Nee, noch ein Stückchen? Ach, das ist ja nichts. Na, das lade ich jetzt nicht wieder neu. Also so sparsam bin ich dann jetzt doch nicht. Wir haben ja eigentlich das jetzt schon erstmal alles ganz gut hinter uns gebracht hier. So. Wie geht es denn jetzt weiter? Ja, daran kann ich mich, glaube ich, auch noch gut erinnern, was jetzt hier kam. Boah, wie es in den Eingeweiden des Hauses irgendwo rattert und rumfuhrwerkt. Besseres wäre, fällt mir gerade nicht ein. Toll. Es gibt gleich wieder Dialog. Glaub ich. Ist da irgendwas? Nein. Da ist ein Typ. Und wenn wir unsere Waffe auf ihn richten. Na doch, ein Fitzelchen haut es zu sehen. Aber das Spiel will eigentlich nicht, dass wir ihn erledigen mit der Waffe. Aber ich will es jetzt trotzdem mal probieren, ob es nicht vielleicht doch geht. Können wir auch hier speichern. Da, da. Da. War nicht so clever. Jetzt läuft der da unten rum. Kommt der jetzt hier hoch? Scheiße, der kommt auch jetzt nicht hier hoch. Ich kann halt nicht durch den Laufsteg durchschießen, weil er kann das nämlich auch nicht. Also ja, man kann die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und dann läuft er ja auch teilweise so, dass man ihn von vorne erwischen könnte. Macht er jetzt im Moment nicht mehr. Doch, jetzt hier. Genau, in diesem Moment. In diesen beiden Momenten. Okay, das machen wir aber nicht. Denn, äh, das Spiel sieht eigentlich was anderes vor. Genau, ja, danke. Oh, oh, da brauchst du jetzt aber ein paar hinterhältige Hackentracks, um an dem Torwart vorbeizukommen. Hast du irgendwelche Vorschläge? Irgendwas, um ihn abzulenken? Klar, hier habe ich gleich einen riesen Vorschlag. Such dir lieber einen anderen Ausgang, weil du nämlich nicht wirklich wissen willst, was passiert, wenn du den Hulk sauer machst. Hilfreiche Informationen, wie immer. Sein Gesicht ist nicht gepanzert, oder? Dann ist das deine Chance. Du bist eine hartgesottene Lady, dir fällt schon was ein. Und wofür genau bezahle ich dich? Für mein außergewöhnliches Wissen über Sicherheitssysteme und für meine unerreichte Geschicklichkeit darin, sie zu knacken. Nicht zu vergessen, meine suchtbildend sympathische Persönlichkeit, Schätzchen. Doch, ich glaube, die vergessen wir lieber. Ja, ich meine, gut, die Sprüche, die da hin und her fliegen, sind schon sehr 90er-Jahre-mäßig. War damals auch in Filmen immer sehr in. Ja, da hinten geht's runter. Aber wir wollen nicht unbedingt, also wir können das natürlich wirklich machen. Wir können uns einfach direkt vor ihn hinstellen, Waffe ziehen und versuchen, möglichst schnell sein Gesicht zu treffen, so wie den anderen Typen da. Aber, ui. Irgendwie habe ich das Gefühl, da ist einer drin. Nein? Nur diesiger Nebel. Na schön. Boah, man erkennt kaum die Hand vor Augen. Was ist das hier? Was sind das hier für Ausdünstungen? Vielleicht möchte man das gar nicht so genau wissen. Lara, halte dich lieber nicht zu lange in diesem Raum auf. Ah, ein kleines Medipack. Sehr schön. Sehr schön. Ja, hier kann man sich, in diesem Level kann man sich wirklich über jedes Item dreimal so sehr freuen wie in den anderen Leveln. Weil man wird hier nicht unbedingt damit zugemüllt. Sieht im Moment zwar immer noch ganz gut aus, aber das wird auch kritischer. Ja, und was ist das denn, was wir da Schönes bekommen haben? Tuch. Toll. Hm. Ja, wir können auch von hinten uns an ihn ranschleichen und ihm eins mit dem Hammer überbraten. Das wäre doch mal nicht schlecht. Das macht das Spiel leider nicht. Okay. Ja, Spiel, ich habe schon mitbekommen, dass da unten einer steht. Du musst mich nicht extra mit gruseliger Musik darauf hinweisen. Aber dort ist eine Tür. Wir können nur hoffen, dass er uns nicht mitbekommt, wenn wir da jetzt die Treppe runterlaufen. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Ich gucke auch nicht hin. Es klingt doch so, als würde da irgendwo einer langlaufen. Und es klingt schon wieder nach Laserfalle. Herzlichen Glückwunsch. Was war das denn, Mädchen? Bist du, bist du lebensmüde? Gott. Schreck mich doch nicht so. Und diese Kiste, sie sieht so aus, könnte man sie verschieben. Ja, hier kommen wir nicht rein. Aber da kommen wir rein. Wir können aber, glaube ich, nur eine von diesen beiden Kammern hier wirklich gebrauchen. Die andere stört so ein bisschen. Müssen wir mal gucken. Werde das jetzt am besten machen. Ach. Okay. Hä? Ich habe gedacht... Es fällt überhaupt nicht auf. Es fällt überhaupt nicht auf. Na gut, die Kiste, die kommt uns jetzt hier in der Tat sehr gelegen. Vielleicht geht damit die andere Tür ja auch auf. Okay. Gehen wir mal gucken. Nein. Ich habe gedacht... Egal. Schade. Schade aber auch. Da ist da hinten... Aha, da hinten ist noch eine Tür. Aber die sieht auch zu aus. Boah, das kann mir doch keiner erzählen, dass da nicht irgendwo jemand langläuft. Das war doch nicht von Anfang an zu hören. So, ich frage mich nur gerade, ob da noch irgendwie ein Sicherheitsschloss davor ist. Nope. Äh. Mädchen. Dann halt nicht. Ah. Nein. Sie möchte da nicht lang gehen. Kommst du da jetzt wieder raus? Äh. Ich möchte doch so ungern jetzt irgendwie... Moment, Moment. Na, also. Schon wieder vergessen, dass ich kriechen kann. So, die bleibt natürlich auch verschlossen. Das habe ich mir ja fast nicht gedacht. Ja, er kriegt das halt einfach nicht mit. Ist das nicht nett? So, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Dann müssen wir uns halt mit dieser einen Tür begnügen. Gemein. Hört ihr das? Seht ihr das? Äh. Ih, und da ist noch ein Glaskasten. Und da sind Schränke. An die Schränke wollen wir ran. Äh, das wird ja immer... Man will es nicht wissen, ne? Man will es einfach nicht wissen. Okay. Die Frage ist, welcher von beiden. Vielleicht ist das die Frage, die uns eher beschäftigen sollte. Ob der links oder ob der rechts. Ähm. Probieren wir es aus. Medipack? Nimm doch das Medipack mit. Ah, sehr gut. Mädchen. Ich bin stolz auf dich. So. So, dann lassen wir den zweiten Schrank, erstmal den zweiten Schrank sein. Und gehen erstmal ein bisschen weiter hier in die Richtung. Hoffen, dass uns die Käfer nicht gleich finden. Und dass das der Typ nicht gehört hat. Und da ist viel zu viel ein... Ich hoffe doch drin. Okay, offensichtlich haben sich die Käfer nicht befreit. Oder zumindest sind sie da drin geblieben, wo sie sind. Das ist schön. So, wir haben Chloroformflasche. Die kombinieren wir natürlich... Nein, nicht mit der Pistole. Mit dem Tuch. Tuch mit Chloroform. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Das wollte das Spiel die ganze Zeit von uns, dass wir das machen. So, jetzt müssen wir uns natürlich... Also, es ist schon ein bisschen bizarr, dass sie sich halt an so einen Typen ranschleicht. Und nur, um durch diesen einen, wo das Gesicht halt da offen ist, und durch dieses Tuch dort durchzustecken. Das ist so ein bisschen merkwürdig. Naja. Aber okay, es ist sowieso merkwürdig, dass ausgerechnet das Gesicht bei diesen Dingern nicht geschützt ist. Juhu. Das klang jetzt aber anders, als es aussah.